Herzlich Willkommen zum nächsten Teil, Teil 4 von Schlag den Rad, das dritte Spiel. Schlimm für zwei steht's, für mich. R-H-G. Ich hab schon gedacht, das wär jetzt das, aber nein. R-H-G. Ein Spiel für aggressive Menschen. R-H-G. Ich bin doch nicht aggressiv! Schläger den Puck auf dem Spielfeld hin und her schlagen, bis er im Tor eines Spielers landet. Wer nach zwei Minuten mehr Tore erzielt hat, gewinnt das Spiel. Ihr spielt gleichzeitig. Achtung! Ja, wie soll man ehrlich spielen? Auseinander oder was? Klar gleichzeitig, du Vollidiot. Boah. Ja, ja, 1-0. Stefan, dann schieb mal an. Hehehe, Mann. Das ist die Steuerung, Alter! Meine Güte! Zeig mal etwas Ehrgeiz! Du drückst den Kribbel einmal nach oben und du fliegst schon 10... Das war nix! Der Punkt! Ach ja, legt mich doch alle! Du fängst doch! Warum ist das Ding am Anfang schon ewig schnell? Ach, ach, ach! Oh, Penis, sag ich dann nur, Alter! Das gibt's doch gar nicht! So, Zeit, es deinem Gegner heizuzahlen! Oh Gott, oh Gott! Sieh zu, dass dieses Ding jetzt neidrischt! Boah, das ist doch keine Steuerung, Alter! Das ist doch Krankheit! Den Punkt haste versendet, Stefan! Aber wie? Das ist der Ärger! Der Mensch, hab ich auch schon gemacht! Na dann mal hurtig weiter! Der war geil! Hier, ein Neuer! Boah, noch 1 Minute und 60 Sekunden, Alter! Ich will das Spiel 5 Stunden machen! Das ist mir jetzt bleibegegeben! Das reicht mir nicht! Ich war vorhin schon 2-0 Führung! Ach, die sind so! Habe ich 3 Stunden geliehen! Stefan, du bist so schlecht! Alter, ohne Weg, sonst häng ich so weg! Ich bin so gut in den Augen und ein Kriegstück! Marvin, das Ende naht! Was? Ein Fass, was? Alter, was? Ich weiß nicht, ich hab ein Fass! Was? Ich bin ein Führung, Eierkopf! Die Bolzen, du Döde! Das war leider nichts! Diesen Punkt muss sich der Anfänger anfingen! Und du darfst beginnen! Ah, ah! Geh doch hin! Nein! 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 Ich komm da nicht mehr ran! Boah! Geht das? Nein, Quatsch! Ich wollte ja was sehen! Das wäre jetzt scheiße! Nein! 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 Ich lass das Ding einfach liegen an der vor meinem Tor! Das gibt's doch gar nicht! Schiebe die Scheibe! Nein! Verdammel Scheiße! Natürlich Punkt für die andere Seite! Nein! 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 Doppel nein! 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 Nebenwirkung! Nein! Da hab' den Gegner geschlafen! Ausgleich! Ist da! Biiiim! 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 Biiiiiim! Sag ich dann nur! 15 Sekunden, hinten dicht machen, alle hinterher los, alle 11 Mann, hopp, komm. Schalalalalalalala, hey, hey, schalalalalalalala, hey, hey, 13 Sekunden. Selbe Schule, wenn da nicht hingeht, Alter. Da hab ich 10 Sekunden noch gemacht. Zeig mal etwas Ehrgeiz. Leider aus. Mare, das war ein super Spiel und du hast es klar gewonnen. Danke, ne? Für die Nationalmannschaft könnt ihr mich ruhig nominieren. Wer ist vorne? 8 zu 2, ich bitte Vorherrung. Hier sieht man die Pizza. 110 Punkte sind noch möglich, so alles drin. Wir sehen uns zum nächsten Teil. Ciao. Ciao. Ciao.